erkunde oregon ja da haben wir schon zwei jetzt fahren wir nach das werden wir dann gleich sehen ich habe mich schon mal kurz davor hingestellt krater lake krater lake haben wir jetzt eigentlich doch nichts fahren können bei einer links oder aus entranze station warum zahlen oder schaden ohne kriegt hier das geht ab wir fahren außen weil dann sieht man ein bisschen mehr obwohl bäume die sehenswürdigkeit nummer drei kunde 25 dollar das ist doch nicht so fassen kunde war druck kunde war kunde 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 Nationalpark Wim Lockout. Ach, das ist ein Nationalpark, das ist zu wenig wahrscheinlich 25 Dollar. Aber viele so sehen nix hier nicht. Ja klar, sicher, 40 Prozent, aber was ist das denn, naja egal, gut, haben wir fertig. Ja, wir haben jetzt leider World of Trucks vom Band nach Dallas, weil da irgendwie ist da ein Error drin, da gibt es immer keine Aufträge, die ich haben will. Ja, ich will von da nach da, da will ich da auch einen Auftrag haben. Ja, da habe ich jetzt natürlich gegen gefunden, also nehme ich jetzt World of Trucks, ja. Die Umwehe, die werde ich dann natürlich trotzdem an Kauf nehmen, weil ich muss da lang und muss nicht da lang. Ja, dann werde ich jetzt hier gleich da hinten drin fahren und dann drehen und tanken und ja, dann ist das so. World of Trucks wird natürlich alles gespeichert online, ja. Aber naja, schauen wir mal, wie das hier vorhin, wie das hier vonstatten geht hier. Ja, ich habe eben hier, ist irgendwie, alles läuft hier schief irgendwie, wenn man hier irgendwo was machen will, was man machen will. Ja, also werden wir jetzt die Sehenswürdigkeit von Oregon, ihr Kunden, Nummer 4 nehmen. Und das ist Licht zwischen Bend und Dallas, oder zwischen Dallas und Bend. Da könnten wir eigentlich ruhig World of Trucks nehmen, also von daher habe ich das hier jetzt einfach hier gemacht. Wenn die dazu wollen, kriegen sie dann so, weil ich wahrscheinlich zu spät komme, weil ich habe ja jetzt eine Sperre drinnen hier, 18 Stunden, mal sehen, eine Geschwindigkeitssperre, irgendwo 105 erlaubt, dann werden wir mal das so machen. Jetzt hat er den kleinen Fleck da unten, auch in die Grau immer. Oh Mensch, ey. Ja, hier ist doch die Straße, ist doch hier bald Ende, aber. Wird so fern nicht dahinter. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Wir machen sich ein bisschen die Fenster darin, aber. Okay, das ist doch der Höappung desichens. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Da ich ja auf Erkundungsfahrt bin, will ich dann natürlich auch ein bisschen was erkunden. Also links, ja. Dann fahren wir mal lieber 40. Dann habe ich so eine Strecken, da muss man immer aufpassen. Da liegt immer irgendwelche Steine oder irgendwas liegt da immer am Weg. Da kommt fast ein Ast oder sowas. Ja, das zieht dann immer hier drin zu spät. Also fangen wir mal hier sanft ruhig lang. Da nicht oder irgendwas? Ne. Das ist nix. Ja, wir werden mal bei 30 jetzt bleiben lieber. Wenn wir die rote Linie hier so angucken. Dann ist das nicht so toll. Dann können wir mal hier ... Vielen Dank. Seespäne, wenn ich hier irgendwo hinfahre, dann habe ich gleich wieder 20% schon, obwohl da nur eine olle vollkommene Seespäne in der Sonne ist. Das war jetzt... So, ja, da war jetzt ein kleiner Umweg, der ein bisschen gedauert hat fürs Spiel. Okay, eine Stunde, aber eine halbe Stunde, glaube ich. Ja, gut, dann werden wir mal da hinfahren. Habe ich das jetzt eigentlich schon markiert oder... Ich werde mal gleich hier ranfahren, wenn irgendwo ein Rest Area kommt. Oder... Packplatz... Oder... Irgendwas. Jetzt dürfen wir natürlich nur 105 fahren. Das ist natürlich traurig, ja. Können wir jetzt nicht schneller fahren, weil es ja World of Dogs... Ach, nee, 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 nee... Also, ich werde jetzt da nicht ins Bett fahren. Das sollte dann schon auf dem Weg sein, ja, wenn ich ja noch um den Weg gefahren oder sowas. Das sollte dann auch um den Weg sein, ja, wenn ich ja noch um den Weg bin. Das ist ja... 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 Was ist ja... Das ist ja... Ne ... Das kann man dann... Das ist ja... das ist ja... Ja... Das ist keine Ahnung... Als eine neue Zeitalter... Ja... Ja... Das ist ja... So, da kommt gleich was, da werden wir dann rund fahren und dann werden wir die Aufnahme beenden und dann werden wir natürlich erstmal die Markierung machen. So, wir müssen, hier müssen wir hin, ach da könnten wir eigentlich gleich noch bis dahin aufnehmen. Ja, dann nehmen wir noch bis zu der Station auf und dann machen wir die Aufnahme aus. Das sind jetzt bis zur Markierung, keine Ahnung Kilometer. Ja, dann haben wir das Achievement Travel Oregon, Erkunde Oregon, fertig. Das ist jetzt schon ein bisschen, ein bisschen. Aber wir müssen das erste Mal machen. Aber wir müssen das erste Mal. Der Transfer am Weg, vom Montag bis weiter, muss sein Spurkis. Und vom Abruf. Der Mann, der an die Grenze war, der hat sich finden, der hat sich nicht kürzt. Ich krieg nicht vielleicht Angst, Liam Easton, The Locksman, Währschaftsschützer, jetzt neu im Sky Store. Ja, das ist eins. Und das erste Mal, den wir nicht machen. Das ist ein bisschen. Ich möchte das erste Mal hören, wie es mit ihren Vorgang kam. Kunde-Origan fertig, das haue ich doch, soja dann haben wir das auch fertig und dann sehen wir uns zum nächsten bald Video dann.